Musik Hier kommt eine richtige Zuckermaus. Dieses Verkaufspferd von Bockholzhof ist die Ronja Frolinda Berki. Sie ist 2010 geboren, wird also in diesem Jahr 11. Ronja ist eine mittelgroße Stute, würde ich sagen. So vielleicht um 1,38 Meter oder vielleicht ein wenig kleiner. Sie ist viergängig veranlagt mit ganz, ganz, ganz viel Tölt. Was herausragend bei dieser Stute ist, ist, dass sie absolut überhaupt gar keine Angst vor gar nichts hat. Sie kann man mit Regenschirm reiten und der Hund kann um sie rumspringen. Die ist total cool, also völlig schreckfrei, bombproof diese Stute. Und vom Gangwerk her sehr angenehm im Tölt zu reiten. Sie hat also ganz viel Tölt. Das ist auch immer die erste Gangart, die sie wählen würde. Ronja hat auch einen guten Schritt und einen sehr schönen, schwungvollen, großen Trab und einen gut gesprungenen Galopp. Auf Island ist sie auch Kinderturniere gegangen, in der Halle und auf der Ovalbahn. Ronja ist ein Pferd mit einem gut mittleren Temperament, also so, sie geht schon flott voran, aber ist überhaupt nicht stressig. Ich würde sie jetzt nicht als Totalanfängerpferd bezeichnen, aber auch ungeübtere Reiter fühlen sich auf Ronja sehr wohl, da sie eigentlich exakt das macht, was man ihr sagt. Wenn man schneller reiten möchte, läuft sie schneller. Wenn man langsamer reiten möchte, läuft sie langsamer. Ronja ist es bereits gewohnt, viel im Gelände geritten zu werden, auch im deutschen Gelände. Sie hat auch schon einen Sommer in Deutschland hinter sich. Und wie man sieht, ist sie wunderbar im Fell und vom langen Haar. Ronja macht mega viel Spaß zu reiten. Sie ist auch sehr, sehr gut in Bodenarbeit ausgebildet, hat hier also schon viele Dinge gelernt. Und es ist einfach wunderbar, mit ihr überall hinzureiten. Dressurmäßig macht sie gut und im Gelände ist sie einfach perfekt. Alleine oder zu mehreren, vorne oder hinten, das ist ihr völlig egal. Ein Luxusfreizeitpferd der Sonderklasse für die nicht ganz so großen Reiter. Und dann ist sie auch noch farblich super interessant mit ihren blauen Augen. Also ein spannendes Pferd für Menschen, die Lust haben, ganz viel toll auszureiten und sich sonst auch mit ihrem Pferd zu beschäftigen. Also sie ist intelligent genug für Tricks und Zirkuslektionen. Wie gesagt, in der Bodenarbeit sehr cool ausgebildet und schreckfrei bombensicheres Pferd. Wenn euch die Ronja gefällt, dann schaut das Video gerne bis zum Schluss. Und wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, dann findet ihr die Daten gleich oben rechts im Video. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit der schönen Ronja. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit dem Video. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit dem Video. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit dem Video. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit dem Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020